Wir haben schiessende Weise, haben sich in der Zwischenzeit während unseres Unternehmens und der Bundeswehr zusammengeschlossen mit der Patrosuisse zu werden. Wir werden hier einen Überflug machen als 12 F5 in Begleitung der Patrosuisse. Ein sicherlich einmaliges Bild und eine würdige Verabschiedung der F5 als aktive für den F7. Sorgfurt Wir haben hier zu slagen! Schöne Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 diese große Ansammlung von Flugzeugen, die sich da auf uns zubewegt, sollen sie dem F5 den Respekt aus Waffenplattformen, 40 Jahre im Einsatz für die Schweiz, Begleitet von der Patrie Suisse Meine Damen und Herren, mit dem Überflug der 12 R5 übergebe ich, Das wird gut. Im Namen der Schweizer Armee sowie dem Kommando der Schweizer Luftwaffe heiss ich Sie, hier in der Axon zur Atem erlaubenden Flugshow der Paterie Suisse, ganz herzlich willkommen. Schreis-Pretektor, Madame, Monsieur, cher Publik. Der Norde-Fachs-Agenz-Fuisse, der Kommandant, muss ein Präsentat, der Programm des Embattelers de l'1. Suisse. Der Norde-Fachs-Agenz-Fuisse. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020 Rauschen Sie an die Volksflugzeuge der Pfad Ruyswiss. Und das war der Auftakt. Sie nähern sich geschätzte Besucherinnen und Besucher, die Nationalhymne, der Schwarz. Untertitelung des ZDF, 2020 Fliegerische Präzision auf höchstem Niveau, Geschwindigkeiten von knapp 1.000 Stundenkilometern und eine einzigartige Teamarbeit zeigen Ihnen die sechs Berufsmilitärpiloten unter der Leitung des Patrouilluswissgemerantem Labelsleutnant Nils Hammerli. Das Wissen ist pur, das erwartet Sie, liebe Aviatik, jetzt hier auf der Axalp in der nächsten Minuten, 22 Minuten. Jetzt in der Formation eigen. Geht. Und jetzt schlichen Sie an. 5.5.10. Spreche. 5.5.10. Spreche. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020